Hallo zusammen, ich bin Jessi. Ich darf hier in der Kita St. Anna die verkürzte Lehre machen. Ich bin gerade im ersten Lehrjahr und nehme euch mit durch den Kita-Alltag. Ich habe mich für die Lehre in der Kita entschieden, weil die Kinder ehrlich sind. Man hat einen vielseitigen Alltag und jeden Tag ist unterschiedlich. Ich mache meine Ausbildung in der Kita St. Anna, wie man Zeit und Raum für die eigenen Erfahrungen bekommt. Man wird alle Lehrjahre von einer Berufsbildnerin begleitet. Es ist auch schön, wir sind mehrere Lernende. Auf jeder Gruppe haben wir durchmischt das Alter der Kinder. Für die Ausbildung als fachfrau betreue Kinder sind die Voraussetzungen, du sollst gerne um Menschen sein, Geduld mitbringen und zudem flexibel sein, weil in der Kita immer etwas los ist. Der Kita-Alltag ist nicht nur das Spielen mit den Kindern, das gehört viel mehr dazu. Wir fördern die Kinder ihrer Entwicklung, haben die Gespräche mit den Eltern und halten das schriftlich fest. So, ihr habt einen kleinen Einblick in die Kita. Und wenn es euch gefallen hat, wollen wir doch bei der St. Anna Stiftung bewerben. Wir sind sehr schnell, dass sie dann ja gut gemacht haben, Das models am Internet!